Häh? Oh, ich kann schießen! Geil! Friss! Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Undertale! Wieder mal mit dem Twunky! Ja, letztes Mal hat uns Muffet richtig hart auseinandergenommen. Ich bin nochmal hier hingegangen. Hier haben wir ein Poster vom Metaton. Oh, wir wollen schon vom Metaton reden. Hm? Ähm, nein. Ganz sicher nicht. Ich lieb dich ganz sicher nicht. Oh, er singt für mich. Obwohl, ist Metaton ein R? Weiß ich gar nicht. Okay. Okay. Ach, jetzt, äh, bist du traurig, wenn ich weggehe, oder wie? Okay, ich finde das gerade eigentlich richtig schön. Okay. 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 Was? Äh? Toll. Sieh wenigstens das Kleid aus. Äh. Äh. Toll. Ja, ich mein, Papyrus wollte mir sowas mal antun Nein, ich erinnere mich nicht Was bist du denn für ein Sadist? Oh goooooooood Okay Ich bin am Arsch Ich bin am Arsch Oh nein Ich bin gleich Toast Hä? Ach, danke Dank der, äh, äh, für's Du hast mir den Hintern gerettet Super Okay Toll Okay Okay Okay, ich soll den gelben Button drücken Was passiert jetzt? Hä? Oh, ich kann schießen Geil Fräs Der hat grad nur so getan Machen wir's tun, schmieren Komödian Das hab ich alles dir zu verdanken, Alphas Danke Mein Telefon kann sowas nicht Ja Wieso hast du dich selbst nicht gemocht? Toll O Auch keine Ursache, Alphas Let's go Ich könnte ein paar Highlighters vertragen Toll Du hast gar nichts Toll bist du und spaß dich Auch anderen hab ich auch laufen lassen Ich kann nach links oder nach rechts gehen Ich geh mal kurz nach links Okay Was wäre rechts? Vorstelle um so eine komische Flammenmännchen? Natürlich Gern geschehen Oh, es ist Zanz Klar, warum nicht? Okay, dann zeig ich mir mal Wo du hin willst Ja Ja, mein Abenteuer ist offenbar fast vorbei Ja, natürlich will ich nach Hause Okay Hm, gute Frage Ist das alles überhaupt wert? Okay, er ist auf meiner Seite Okay Okay Okay, du sitzt da und wartest auf Menschen Ah, okay Knock, knock Ah, er hat wahrscheinlich bei Toll angeklopft Na gut, Toll hat ja nicht so viel Gesellschaft, ne Also Klar, dass sie lacht Knock, knock Oh, ich wusste gar nicht, dass du jodeln kannst Es ist sicherlich toll, jemanden zu haben, mit dem du deinen Spaß haben finden kannst Yay Toril hat Zanz gesagt Er soll mich beschützen Hast du bisher nicht gemacht Hey Danke, dass du mich beschützt Okay Jetzt bist du scary Was Ich bin schon gestorben Du Dreckser Glaube ich Ja Danke Ich fand es da war eine Wand Super Er ärgert den Fikus Okay Okay Ist das nicht dieser komische Eishahn? Ah Okay Dann sehen wir im Witz Super Das war Das war eine tolle Witze Was bist du denn? Ja Komm, jetzt werde ich mal nicht mitgeben Sonst hängen wir hier Noch eine Ewigkeit Hier ist auch noch was Oh, ein Laden Ja, ich würde hier was kaufen Ja Ciao Dann gehe ich am besten einfach mal weiter Richtung Chor Keine Ahnung Keine Ahnung mehr Das war Ich will wenigstens einen Kampf heute noch haben Oh, geile Musik im Hintergrund Wieder mal Ja, toll Funktioniert nicht Nee, tut er nicht Ich gehe nach rechts Okay Wo willst du mich hinbringen? Ganz ernsthafte Frage, du Elfes Hi Da waren zwei Leute Und ich habe einen Gegner Okay Er kann nur Magische Wärter sagen Aua Okay, dann waren wir die Toll Jetzt habe ich noch weniger Vergnötigung Was ist denn jetzt los? Ähm, ja Ich wurde gerade richtig hart verdroschen Auflöst Es ist in Ordnung Ich habe einen Hund gegessen Erfes Kannst du mir den Weg frei machen? Okay Orange, orange, blau Erfes Ich höre nicht mehr auf dich Ich mache jetzt ab sofort genau das Gegenteil von dem, was du mir sagst Das war auch nicht die richtige Entscheidung Ich kämpfe gegen Ritter, Ritter Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Okay Aggressivität 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 Okay, ich muss ihn einpennen lassen, glaube ich Ich sing mal weiter Ouch Pen ein Danke Ich weiß nicht, wann ich dir trauen kann, Erfes Du hast mich zweimal verarscht War falsch Ich höre einfach nicht auf dich Dann lag es auch einfach richtig Toll Danke So ist es doch viel besser Okay Ich vertraue dir Ich habe dir vertraut, Erfes Danke Danke Ah, okay Okay Elfes hat mich gerade verlassen Ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute Ich hatte Spaß, mich von Lasern vernichten zu lassen Ja, wenn es euch gefallen hat Lasst ein Abo da Ansonsten sage ich jetzt Ciao 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 Genau Ja 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 Ja